Die Tag-und-Nacht-Fahrt ist 24 Stunden geöffnet. Hier haben wir Pommes-Salat. Hier haben wir Pommes-Salat. Hier gibt es eigentlich alles. Pizza wird frisch gemacht. Eigentlich super schön. Da gibt es auch was zu trinken hier. Draußen kann man wahrscheinlich da auch sitzen. Da gibt es auch was zu machen. Da gibt es auch was zu machen.